Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2 und wir sind, ja, wir machen gerade Biomasse oder haben schon Biomasse gemacht, zwei Stück, jetzt brauchen wir noch den Semi-Fluid-Generator und damit haben wir dann im Endeffekt schon mal eine relativ gute Stromproduktion Okay, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe die tatsächlich noch nie benutzt Gerade ein Iridium-Glas, das ist auch nicht schlecht Ich habe sie tatsächlich noch nie benutzt, so So, ich hätte gerne ein bisschen Wolle So, Freunde der Sonne So Nummer 2 Jetzt schon mal 3 machen, sogar 4 Und wenn da hinten wahrscheinlich, oder? Aber was hier los ist? Äh, ja So Oh je Oh je Jetzt mal wieder ein bisschen was wegpacken Die ganze Dröpse hier Ich meine, ne, also Alter Knochen, wir alleine haben 3 Wie viel Glaubst du und willst du da drin, ich lebe mir im Arsch Das ist schön, gefällt mir Müssen wir mal mehr Drower bauen Mit langsamem auch Zeit Ja Sollen wir mal langsam angehen Dass wir die Sachen mal hinkriegen So, jetzt will ich ein paar Ich baue ihn noch Ich baue ihn noch So wollte ich halt eigentlich bauen Hier, ne So wollte ich es bauen, ne Ich glaube schon Nicht so bauen Nicht hin in der Ecke oder so Direkt vor dem Übergang hier Hm Ich glaube Wir brauchen ein paar Ach So, machen wir mal ein paar Erstmal so 8, genau Okay, ich brauche noch Äh, noch 2 Also ist einmal So So Und dann haben wir dann auch schon fertig Dann haben wir unsere Die sind es hier Auch erledigt So Guck mal an Dann haben wir unser Elevator auch drin So So Jetzt möchte ich gerne Eigentlich den Semi-Fluid bauen Müssen wir mal schauen Was wir dafür alles brauchen Wir brauchen erstmal den Geothermal-Generator Das heißt wir brauchen die Das heißt wir brauchen Auf jeden Fall schon mal 4 mal 4 Tin 4 mal 4 mal 6 mal 4 Tin So 6 mal 4 Tin Brauchen wir Ähm Moment 4 6 Und wir brauchen da auch nochmal 4 Tin Also 6 mal 6 mal 4 7 mal 4 7 mal 4 Tin brauchen wir Das heißt wir brauchen 14 Kommiert das da nicht Hä Warum ist das Habe ich das Einversetzt Ich Vollhorst So Das ist richtig So Ich brauche Insgesamt 7 7 mal 4 Ähm Das ist 14 Boah Enderman Komm Geh mir nicht auf den Sack Ehrlich So Rolling Also dann können wir da auf jeden Fall Die Item Casing schon mal machen Ich geh mir mal eben kurz Stein und so holen Dann werden wir schon mal hier ein bisschen was ausbauen Ähm So ein bisschen Haben wir noch Glas Nicht viel ne Wahrscheinlich Ne Okay Sollen wir ein bisschen Holz mitnehmen Mal schlafen gehen Damit die Solarpill ist laufen Sollen wir mal so nebenbei alles Na Enderman Alles klar Wahrscheinlich Nicht Du willst mir wahrscheinlich ans Leder Oder Sehe ich nicht ein Du Lump Bin gerade echt Wenn wir überlegen Ähm Wie mach ich das denn hier Ich würde aber nicht in so einer So eine kleine Wie so eine Terrasse haben Ne Mal kurz überlegen Dann muss sowieso weg Was mach ich das denn jetzt am besten Ähm So ich komm hier hoch Ne Ist klar Was mach ich das denn jetzt am besten Ich kann mich das denn jetzt am besten Was mach ich 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 das denn jetzt am besten Hmm. Ach ne. Ah, wie mach ich das denn jetzt am besten? Und dann... Und dann... Und dann... Kamilina ist hier irgendwie... Warte mal, ist hier... Carpenter ist hier wahrscheinlich nicht drauf, oder? Architektur ist... Doch, der ist drauf. Architektur-Craft ist drauf. Okay. Wie heißt denn der neue Carpentry-Mod? Ah, wie heißt denn der neue Carpentry-Mod? Warte mal. Carpentry 1.112. Carpenters-Block? Ne... Wie hieß denn der Block... Block-Craft-A-R-E? Ne... Was ist der dort? Mit Block... Doch, da ist er. Aha. Da brauchst du die Scaffolds für. Architektur-Scrafts sind natürlich noch geiler. Den können wir auch mal machen eigentlich. Weil der ist... Der ist noch geiler. Was man bei dem immer extrem aufpassen muss, ist, dass der... Ähm... Dass man da nicht übertreiben sollte. Wir brauchen Eisen auf jeden Fall. Weil der, ähm... Relativ performance-hungrig ist. Kann er sein, sagen wir es so. Das war Blödsinn. Doch, das ist richtig. Weil man halt viel dran hat. Wie sieht der da aus? Da ist noch dran. Da auch. Sehr gut. Ähm... Wir brauchen auf jeden Fall vier. Mindestens. Vier, sechs sogar. Und das war's, glaube ich, sogar schon, ne? Ja. So, dann wollen wir den mal bauen. Machen wir noch ein bisschen Gehölz. Auf einmal brauchen wir das. Und einige Sticks brauchen wir, glaube ich, dafür. Den brauchen wir auf jeden Fall. Sticks und Planks. Das, den brauchen wir auch. Haben wir. Haben wir. So. Das stellen wir mal hier so hin. So, jetzt geht rund. Roofing. Roofing. Brauche ich da da mit? Den Rand. Warum nicht? Was ich halt, was ich halt, was ich Textwerkraft richtig geil finde, ist, dass man die, ähm, dass die Blöcke, dass sie so aussehen wie die Blöcke, die man dafür benutzt. Das finde ich richtig geil. Sag mal, soll wir jetzt gleich sehen. Na, jetzt muss ich, ich brauche den Hammer noch. Drei Eisen. Äh, Orange. Rot und Yellow. Das kriegen wir hin. Ja, Parcours. Aua. Wie viel Eisen brauchen wir jetzt? Drei, ne? So ein Hammer. Ja. Zwei Sticks und drei Eisen. Und zwei Orange. Machen wir gleich. Ich weiß jetzt nicht. Warte. Semi, Semi. Was brauchen wir denn noch? So, Tin-Casings haben wir fertig. Glas ist klar. Wir brauchen noch fünf, drei. Fünf, drei. Äh, Platten. Also, acht plus, äh, zwei Casings. Sechs Casings. Das heißt, wir brauchen acht. Elf Platten momentan. Elf. Es bleibt auch bei elf. Okay. Also elf Eisenplatten. Wo wir drei davon zu Casings machen müssen. So, machen wir. So. Wollen wir die Pflänzeln gehabt, da? So, bitteschön. Bitteschön. Orange Dai. So. 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 Und. So. Achso, so. 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 Ich kann mal ein bisschen Joghurt wieder essen. So. 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 Jetzt gucken wir mal, ob ich noch weiß, wie man den Schuss haben wir benutzt. Ah. Sehr gut. Aber das ist falsch rum. So rum möchte ich's. Genau. So rum möchte ich's haben. So sieht das nämlich so ein bisschen aus wie, ähm, als wenn es gewollt wäre. So. Da ist genau falsch rum. Aber so ist richtig. Jetzt gucken wir mal, wie das von unten aussieht. Aber ich glaube eigentlich, genau, das kann man so anbieten. Das sieht dann so aus wie, ähm, als wenn das so, ähm, ja, so ein Abschluss ist, wo das Geländer später draufkommt. Ist jetzt nicht super Premium, aber, ne, ist okay. Besser als nix. So. Könnte da theoretisch, ähm, ne innere Ecke mal reinmachen. Dann sieht das nicht so, so strange aus, da. Krieg ich mal ausprobieren. Wollen wir schon mal petten gehen. Frech. Frech. Aber wohl, ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir den, ich glaube, den Semilflut kriegen wir gar nicht mehr hin. Ich glaube, die brauchen wir noch. Müssen wir mal schauen. Ja. Ich weiß es aber jetzt nicht genau. Aber eine von denen brauchen wir. Äh, erstmal nur eine Fackel hin. Ne. Ne. Ich weiß es gar nicht. Ich sehe es nicht. Ja. Das wäre sogar richtig. Problem ist, ich müsste jetzt so weitermachen. So. Ne. Hä? Wie passt das gerade gar nicht? Das ist auch keine... Weißt du, ich müsste eine... Warte mal, ich lasse mich mal kurz überlegen. Ähm. So weit braucht man. Genau. Ne Inner Corner. Ist das nicht ne Outer Corner? Ne Inner Corner braucht man. Kannst du mal weg. Und du mal weg. Okay. 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 So müsste, glaube ich, so richtig sein, oder? Genau. Problem ist nur... Das sieht total dämlich aus. Aber theoretisch ist es so richtig. Aber dann müsste man dann halt so auch weitergehen. Deswegen, ich glaube, tatsächlich, wir machen da ganz einfach... Gar kein Geschiss. Wir machen jetzt hier ganz normal... ...die Dinger hin. ...die Dinger hin. So. 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 Nee. Nee. Wenn dann so, ne? Das ist falsch. So müsste richtig sein. Auch nicht. Komm ich da dran? Ja. So ist es richtig. So wäre es richtig. Und das wird sehr anstrengend, das alles fertig zu bauen. Gerade im Skyblock. Das ist halt nicht so geil. Oh, das sieht gut aus. So. Ist okay. Problem ist es natürlich... ...habe ich da nicht bedacht. Das da. Naja. Gucken wir uns nächste Folge auf jeden Fall mal an. Aber ich würde sagen... Das sieht ein bisschen strange aus. Gucken wir uns. Ich überlege mir noch was. Ist jetzt auch spontan jetzt entstanden. Ich finde das mit dem Rand, glaube ich, finde ich nicht so geil. Obwohl, gucken wir uns einfach mal an. Und ich würde aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat... Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde... ...Minecraft Enigmatiker Teil 2. Tschüssingen.